Wer richtig schneiden will, braucht richtig Werkzeugs, vor allem die, die schneiden. Wenn es nicht schneidet, dann drückt man den Zwiebeln runter und fangt mal eben so an zu weinen. Also richtig schön scharfes Messer, dann kann man richtig schöne Würfel schneiden. So und auch mit so einem großen Messer, die richtig gut schneiden, kann man auch ganz toll Paprika schneiden. Einfach mal so oben, unten abschneiden und natürlich einfach mit dem Messer einfach drehen und hat man hier einen wunderschönen und ganz easy peasy Paprika. Und noch eine kleine Tipp für mir, üben, üben, üben und die Messer, die müssen gut schneiden können.